Wieso Warteschlange? Ihr kriegt doch eh alles gratis. Ja Digga, als Creator auf der Gamescom muss man genauso in der Schlange stehen. Klar kannst du dir im Vorhinein Termine ausmachen, siehst viele coole Games und kommst zu ein paar nice Events, aber da steckt auch echt viel Arbeit dahinter, vor, während und nach der Messe. Gestern waren wir jedenfalls noch bei Asus und da war auch Tech Magnet und Benz Hardware, die mussten da so eine Challenge spielen gegen der Bauer und Money Gaming. Danach gab es noch eine kleine Party. Außerdem haben wir da drei so Mystery Boxen gekauft, schreibt mal in die Kommentare wenn ihr wissen wollt was da drin ist.